In unseren rund 1.800 Stores stehen wir neben Premium Beauty Produkten auch für unseren herausragenden und individuellen Kundenservice. Entsprechend hohe Anforderungen haben wir natürlich auch an unser Equipment, welches uns bei unseren täglichen Aufgaben unterstützen und die Customer Journey unserer Kunden und Kundinnen noch attraktiver gestalten soll. Dank der Sammlung Devices können wir unsere Kunden und Kundinnen nun ganz einfach und bequem aus dem Beratungsgespräch heraus und auf der Fläche mobil abkassieren. Kein Warten, keine langen Kassenschlangen mehr, einfach die Karte auflegen und schon gehören die Lieblingsprodukte unseren Kundinnen und Kunden. Ohne große Umwege können sich unsere Beauty Experts so direkt um die Wünsche der nächsten Kundinnen und Kunden kümmern. Ob Produktinfo, Preis oder Bestandsabfrage, wir zücken das Smartphone und sind sofort auskunftsfähig. Und haben wir ein Produkt mal nicht verfügbar, dann können wir es mit wenigen Klicks zu unseren Kundinnen und Kunden nach Hause bestellen. Aber auch unsere internen Prozesse lassen sich hier übersteuern. Dazu gehört zum Beispiel unser Inventurprozess. Die Kamera des Smartphones kann jede Art von Barcode scannen. Die aufgenommenen Artikeldaten werden dann in unser Backoffice transferiert und für die Inventur berücksichtigt. Ähnlich gestaltet es sich im Visual Merchandising und der Bepreisung unserer Artikel. Auch hier scannen wir die Produkte direkt am Regal, erstellen über das Smartphone das Preisplakat und können dann im Backoffice den Ausdruck vorbereiten. Bei Douglas kommt es darauf an, die Mitarbeitenden zu entlasten und den Kundinnen und Kunden eine optimale Omni-Channel Experience mit lokalem Checkout zu ermöglichen. Wir freuen uns sehr, dass wir seitens Samsung diese Anforderungen mit unserem Xcover Pro abdecken. Wir sind froh, dass wir mit COMSA einen starken Partner an unserer Seite haben, der uns verlässlich bei der Umsetzung unterstützt. Als technischer Dienstleister haben wir unseren Kunden Douglas mit einer runden Gesamtlösung aus Hardware, Software und Service unterstützt. Begonnen mit einer individuellen Beratung, vor allem zum technischen Konzept bis hin zur Gestaltung der kundenspezifischen Tragelösung waren wir am engen Austausch mit Douglas. Im Zentrum standen die Beschaffung der Geräte und des Zubehörs, die Bereitstellung der Samsung Knox Lizenzen und das Rollout Management mit Samsung. Außerdem kümmern wir uns um die Sicherung der Warenverfügbarkeit der Samsung Smartphones und reparieren die Geräte im Defektfall. Die mobilen Geräte von Samsung unterstützen unseren 360 Grad Kundenservice und verschlanken unsere internen Arbeitsprozesse. Dies führt nicht nur zu einer höheren Kundenzufriedenheit, sondern auch glücklichen Beauty-Experts. Das zeigt, dass wir gemeinsam mit unseren starken Partnern zukunftsorientierte Entwicklungen im Handel vorantreiben.